Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry Primal. Wir haben die Aufgabe hier herauszufinden, warum das Wasser im Dorf vergiftet ist. Und die Mission nehme ich jetzt mal an. Finde die Ursache der Krankheit. Halt V gedrückt, um den Jüngerblick einzusetzen. Okay. Ach hier, toter Fisch, toter Fisch. Da folgen wir mal dem toten Fisch, oder? Toter Fisch, toter Fisch, toter Fisch. Jee, Schaublick. Dann laufen wir mal hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Sehen wir da hinten schon was. Überall toter Fisch. Toter Fisch, toter Fisch. Nehmen wir noch ein bisschen Schilf mit, wenn wir gerade mal hier sind, ne? So, toter Fisch, toter Fisch, toter Fisch. Hier ist auch toter Fisch. Da geht toter Fisch an Land. Ganz viel toter Fisch. Noch mehr toter Fisch. Ihhh. Die. Untersuchen. Ja, klar. Dann nimm das mal weg hier. Nun. Hätte ich auch so sagen können. Es lag ja schon beim ersten Mal da, als wir hier lang gelaufen sind. Ähm. Ölschwein. Pumba. Komm, weg. Los. Tsch. 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 Okay. Gehen wir mal weiter hier. Pumba. Verdammt. Deswegen ist da hier alles kaputt. Was ist das? Wölfe? Ne, Wildschweinchen. Kann ich die auch zähmen? Ne, keine Wildschweine dabei. Das wär's ja. Na, komm. Geh weg. Lauf. Ja, prima. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier, noch mehr Toten. Das bestimmt dann irgend so ein Viech. Höhlenwolf. Böser Höhlenwolf. Peng. Na? Na? Kann ich den zähmen? Leoparden. Das ist ja nicht... Was haben wir denn hier? Bestien Wolf. Okay. Nehmen wir die Ventures hier aus dem Wasser raus. Dann legen wir sie mal hier hin. Und den Wolf lassen wir liegen, weil da passiert nix. Da ist alles gut. So. Ablegen. Haben wir schon zwei. Okay. Hier haben wir nichts. Hier liegt noch jemand. Mal gucken hier. Das Blut ist noch im Wasser. Vorhin war ich der Meinung, dass das Blut dann weggegangen ist. Cool, wa? Wahnsinn. So, dann schmeißen wir den mal hier mit hin. Bei Hochwasser ist das Wasser eh wieder versorgt. Okay. Faulfluss ist abgeschlossen. Mietze Katze, komm. Ach, wir können ja hier noch Wolfsfeld mitnehmen. Gut. Müssen wir das jetzt noch abgeben, oder? Ne, das war's schon. Fertig. Fertig ist es. Ja, Wahnsinn. Da haben wir schon ein bisschen was aufgedeckt hier. Die verrückte Sammlerin. Seltene Federn aus dem Adlernest. Wir brauchen doch noch Federn für... Wir reisen mal da ein. Für dieses komische... Dingsbums hier. Was war denn das? Für den Köcher, oder? Genau. Können wir 24 Pfeile tragen. So. Na, schon wieder mit Jaiges hier. Hm. Katschislai, Yaha. Okay, drei neue Bewohner. So schnell geht das. Wohlfeuten. Kann ja nicht schaden. Untersuchen. Oh, fertig. So, geht mal zum Dorf. Was haben wir da für einen Wolf? Haben wir den schon? Ich glaube, so einen haben wir schon. Ich dachte, die kommen immer erst im Dunkeln raus. Na gut. Ach, ich dachte, da wäre ein Dachs gewesen. Naja. Dachsfell wäre ja super gewesen. Da haben wir einen Hirsch. Wir wollten jetzt da die Richtung. Dann machen wir mal die. Setzen wir mal einen Wegpunkt. Da, die Richtung. Da muss man bestimmt hier oben. Jetzt sind wir doch wieder hier oben. Kletterkralle. Das kann ich gut. Nach unten. So, dann werden wir mal gucken, dass wir den Typen noch erreichen. Bevor es wieder zu dunkel wird hier und die ganzen Wölfe kommen. Zum Beispiel der. Oder. Okay. Machen wir den Holzpfeil wieder zurück. Ziege noch holten. Jetzt sind wir ja schon wieder. Gucken wir hier mal in die falsche Richtung. Da müssen wir hin. Na, beeilen wir uns mal. Ach, die Wehen brauchen wir nicht. Okay, hier ist noch ein bisschen hell. Die Mondlichtung. Ziegen brauchen wir auch nicht. Ein bisschen Holz nehmen wir mit. Weiß gar nicht, ob das schon wieder voll ist. Gut. Handwerk. Wölte Tasche. Holz 19 von 32. Dann können wir noch was sammeln. Nehmen wir hier den auch noch mit. Den Ast. Und dann gucken wir mal, dass wir da oben irgendwie hochgeklettert kommen. Grünblatt. Adlerschreispitze. Hier wohnen bestimmt Adler. Der O-Ros-Gipfel. Nutze die Kletterhalle, um das Hindernisse zu schwingen. Ja, super. Ja, Kletterkralle. Hier ist einer. Tod. Erklimme die Klippen, um die seltenen Adlerfedern für Voga zu finden. Ach, hier blinkert ja alles. Da, 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 da. Und da oben muss ich hin. Gucken wir hier. Hier können wir hochklettern, ne? Brauchen wir noch keine Kralle. So. Mieze Katze kann nicht hinterher. Klettern. So. Na. Hey, Wölfe. Was macht ihr hier? Hm. Und jetzt? So. So. Hm. So, jetzt, um. Kann man da wie Tatsachen schwingen? So etwa? Das wird ja abenteuerlich werden. Das sage ich euch. Wir klettern nochmal ganz hoch. Und da ist schon einer runtergefallen. Den haben wir ja vorhin schon gesehen. Steck doch mal deinen doofen Pfeil und Bogen weg, ey. Wie sollen wir denn da hochkommen? Ha? Ha? Mädels. Ups. Bin hier schon wieder runtergefallen, ey. Oh. Okay. Hallo. Da blinkert was, aber wieso? Man kann doch nicht von da nach da hin schwingen. Schwing. Höhle. Beutesack. Beute. 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 Schwimmen nach oben. Nice. Also da blinkert was, da blinkert was, da blinkert was. Was? Hm. Da blinkert nix. Also ist da schon irgendwie richtig, denke ich mal. Was ist jetzt da eine Hühne? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja, pssscht. Hat ja gerade gelacht. Ja, genau. Da haben wir eine. Stärke. Heute kann er auch sammeln nach einer Tötung Rohstoffe ein. Findet und bringt dir Rohstoffe, während du untätig herumstehst. Das ist gut. Das fetzt. Hä? Was? Ich war bloß ein Blüter. Ich dachte da sowas. So, Steinsplitter. War schon wieder rumgestanden. Dann hat die Hygiene schon wieder was für mich eingesammelt. Schon wieder. Zum ersten Mal. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie da. Da. Zack. Und hui. So. Das haben wir. Dann können wir hier hochklettern. Dann können wir hier hoch. So. Ich denke mal hier wird nicht viel sein mit hin und her. Schwingen. Muss man aufpassen. Dadurch. Komisch. Da ist wieder was. Na komm. Klettern. 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 Na. So. Und jetzt? Ist doch nix. Hallo. 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 Wie soll ich denn da? Sälzer. Verstehe ich nicht. So. Dann kommen wir hier erst mal. Waren wir hier vorhin auch schon. Ne. Hier waren wir noch nicht oder? So. Hallo. Da ist was. Können wir hier hochklettern. Ah. So weit waren wir noch nicht. Na toll. Ein Nest. Eine Feder. Was denn das? Den Eiern wollen wir mal hier rüber. Komm. Ah. Nochmal den doofen Pfeil hier weg, ey. Jetzt hab ich. Ruhe. Na du. Adler. Okay. So. Da sind wir hier hochgekommen. Und jetzt? Da oben. Da ist wieder was. Ähm. Ja. Das klappt. Mal hochklettern. Alles sehr verwirrend hier. Ich schreibe da schon wieder ein Adler. Hey. Bist du wohl? Ich will doch bloß die Federn. Das ist nix weiter. Ich glaube den müssen wir mal. Na toll. So gehen auch die. Na komm. Na komm. Oder mit der Kröle. Eins überbraten. Na komm hier. Hier bin ich. Hallo. Komm. Na komm. Hm. Sieht mich nicht. Na komm. Hallo. Aber jetzt. 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 Und. Ah. Das war nischt. Naja egal. Sollen wir nicht auf den Keks gehen. Da haben wir noch mal seltene Federn. Zu weit weg. So. Und jetzt. Schwingen wir uns da rüber. Ja. Alter. Okay. warum schieße ich denn da immer ein fein weg ich glaube ich mach mal hier so okay und jetzt müssen wir irgendwie noch da hochkommen hier praktisch haben wir hier noch was nach hier sein ja bitte wie spring ins wasser noch mal so ein art erledigen da ist er gegen felsen geflogen ich bringe das wasser dann immer hier haben wir hier was drin spring ins wasser wahnsinn ich bin noch eingesprungen ins wasser ihr fertig geschafft hier wohl wahnsinn so und jetzt kriegen wir hier rede mit woga gut dann reise aber zurück und wir reden dann in der nächsten folge mit woga bis dann tschau